Herzlich Willkommen zum nächsten Part von Einbrett-Universität. Im letzten Part ist es einfach abgebrochen. Wir wissen nicht wie groß der Part ist. Mein Handy hat wieder Libretto Scheißpisse. Und es ist nicht viel Zeit vergangen. Bei uns sind wir hier die ganze Kohle weg. Warte. Tut mir leid. Ich weiß, ich hab's gerade nicht gespielt. Oh, ich seh dir nachher was. Was ist denn Musik? Und was kommt hier mit Schummelmusik? Was suchst du hier? Wer? Ja. Hä? Das ist eine Norm. Hast du mich mit anderen an? Hä? Ach so. Ich hab meine automatische... Mein automatisches Kissenlager. Und deine automatische Speicherung! Ich brauch Kohle. Automatisches Kissenlager, hä? Nein. Nein, ich gehst mir aber. Ich mein hier. Wenn ich im Ofen steck was, dann kommt sie an mir draus. Sieht zwar ein bisschen hässig aus, aber es muss noch ein bisschen schöner sein. Das ist wohl beide. Das ist... Das ist schöner als deins. Nein. 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 Ich bin sicher nicht. Guck mein Ofen. Ich muss guck mal Bertha ne, weil ich kenn dich. Ich hab's nicht gedacht. Ich hab auch mit 40 km. Das ist klar. Ich mag Bertha. Du magst mein Schatz? Nein. Bertha, du liegst. Hast du ne Babykufe mit? Nein. Ja, wieso? Habt ihr nicht gar nichts gemacht? Hä? Ja. Im Ernst? Ja. Also ich... Ist jetzt das kleine Male ein... 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 Ja, das wurde hart und ist in die Gumm reingegangen. Was? Nein. Du Bertha. Du hast drauf angespielt. Ich hab über ein Kind geredet. Ja, ich war... Ich war ein scheiß... Kleines Ding. Ja, wenn du sagst... Du... Ich war... Ich war ein scheiß... Du scheiß... Ich kann man so offen reden. Du magst mich ja schon sehr. Hä? Nein. Ich war nicht von der Kuh. Ihren Namen. Bertha. Aber jetzt kommt schon der Scheiß. Was? Immer wenn ich diesen Namen Bertha... Da kommt diese Kuh in den Kopf und dann... Aber jetzt kommt der schon der Scheiß. Er kommt! Er wird hör auf! Er wird hör auf! Er wird hör auf! Entschuldigung, aber... Junge, hör auf! Wir sind hier... Zwar in... Ja, wir sind... Hör auf! Bitte hör auf! Halt die Fresse! Nein! Nichts perverses! Nichts perverses! Mal von Haumetimada! Ja, was? Wenn es etwas perverses ist, kannst du nicht verbrechen? Nein, es ist nicht perverses! Wieso nicht? Ja, weil es Haumetimada ist! Warte, was soll ich dir jetzt noch was sagen? Oh, du auch was perverses! Warte, was soll ich dir jetzt noch was sagen? Oh, du auch was perverses! Du bist trotzdem scheiße! Du bist trotzdem scheiße! Du bist trotzdem scheiße! Du bist trotzdem scheiße! Dann soll die Fresse, oh scheiß Missgeburt! Das hat gerade mein Herz verbrungen! Das hat soeben mein... Kleines, hässliches, fettes Herz verbrungen! Nein! Kleine Missgeburt, auch rum! Boah! Ein heißes Herz! Also wenn Maid stirbt, dann könnt ihr ihn sogar fragen, dann lache ich immer! Ist das unsere alte Schlucht, oder? Kann sein! Meinst du die so weit weg? Ich bin doch mal gut in Jump'n'Rounds! Ja, sehr! Nein! Hä, wohin bist du hingefallen, hinten? Da! Ja! Hä, wie? Ich hab noch nie da vorne geschlagen! Ich hab noch nie da vorne geschlagen! Aber ich hab noch keinen Fall bekommen! Ein Fall? Ja! Kein Knochen? Kein Knochen? Nein, Knochen! Knochen habe ich genug gemacht! Und die meinte war wie in der Saarte! Du bist so doof! Und unten habe ich noch härterer! Nur noch einmal, wenn du was sagst! Dann bist du nicht! Das ist pervers! Nein, das ist diese Knochen! Dieses Kacka! Finisches! Ja! Du scheiß Kind! Du hast gerade mein Kinderherz geboren! Ja, jetzt halt die Fresse, du scheiß Pisser! Das hat gerade mein Pisserherz geboren! Du hast mal die Piss! Du hast mal ein Pinsel, dass du pissen kannst! Doch! Ja, meine! Du... Du будst grad sich perversen! Nein, nein! Ich hab noch die Fresse! Kommt dann mit so was mit! Du hast doch gerade ein kleine Pinsel! Ich kann recht so viel zu können! Jetzt kann ich mal ganz einfach sein! Jetzt kann ich gerade wie Robin es haben! Ich hab noch mal hier! Ohne! Ja, ne, 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 ne... hier ist ein zuschauer der sie hat ich habe nichts von außen gesagt nein ich werde dich schon hier runter schoben was hast du kaputt gemacht ich hab nicht der klasse brenzeln ja ich geh ja schon raus Nein! Es port mich! Port mich! Port mich! Hey, du bist noch Moderator! Wie hast du noch Moderator jetzt weggemacht? Warte zum... nein, zum Mädchen bitte! Hey, du bist... Du hast einen Moderator weggemacht? Ja... Wieso hörst du? Niemand darf eigentlich von uns beide nicht... Ja egal, hör doch nicht! Ich cheat doch nicht oder so! Okay... Aber nicht nerven, wenn du teleportieren willst du! Oh, du von teleport bist am meisten! Wenn du einmal als Kind nervst... Mein kleines Kind... Ja, du nervst doch die ganze Zeit, du scheiße! Missgeburt! Noch einmal gesagt, Missgeburt! Dafür wird jetzt Musik abgespielt! Dance, Heart, Rock... Hast du eigentlich... Kaputt? Hast du irgendwo eine Musik zu Hause? Doch, doch, wir haben noch Kissen bitte! Nein, nein, die habe ich nicht gelotet! Hast du das nicht mitgenommen? Nein! Du Arsch! Ich dachte, du nimmst sie mit! Ja, weil du fähig bist! Ja, ja, okay... Ja, schon... Ja, schon, aber... Ich habe ja... Oh, ich bin schon gebraten... Oh, jetzt weiß der jetzt! Oh, ja... Oh, ja... Was machst du? Gucken... Wie ist denn ein Küchen für Leute? Meine Küchen... Oh, nein... Meine... Ich bin ein bisschen paranoid vor dir, Junge! Ich habe Angst vor dir, weil du so hässlich bist! Scheiße! Scheiße! Scheiße, dreckig! Oh, ich habe einen Jäcker! Oh, ja! Oh, baby! Oh, Baby! Oh, das ist wie das Haus! Man, da ist eine Mische aus! Birkenholz und Schugelholz! Und... 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 Ja, Junge, lass mich doch in Ruhe! Also, es ist doch mein Leben und so! Also... Ich weine gar nicht! Ich weine auch gleich! Ich weine auch gleich! Ja, dann dummei! Ja, jetzt mal ganz im Ernst! Das wird wohl engelisch! Jetzt mach, was ich vorhatte! Ach, deine Fresse! Junge, du musst nicht das beste... Junge, es ist unser Hund! Und... 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 Das hat ich gerade... Der und hat schon Dings! Ein Haus! Ja, das ist ja Bodrin in der Hütte! Ja, nein! Das... 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 So... Das ist doch schön! Das... 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 Non... Stell dir vor, was ich allgemacht habe! Interessiert niemand! ich hab reiskalt dings 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 noch einmal das wort auf sprichst verkehrt sich nach oben auch es ist ein bisschen glücklich auch noch ein bisschen angst ich könnte sie klein an kein anbuss und da ist es nicht so ein kartoffeln hat sich mit dem herrung ist man die manche abgenutzt gegen irgendjemandes das immer noch 12 jahres vor die noch einen Brustpanzer es hat ich habe einen die anderen ich wollte was soll sich jetzt noch mal bauen für irgendwas bauen m zu können muss ich sagen dass es keine musik die sände die musik die sände ja schon so optimus gesendet musik ist lieb ich habe dir was von der musik ist es lieb immer die gleiche und man muss es die ganze zeit gespielt oder einladen das war ein leder gut so ein kleiner zahlwerter vorm entweder gut herr wieso kann ich noch mit kartoffeln langsam ich habe eine wo hast du nicht gerade gewahrt aus ein bisschen verschwendet ja nein da auf meine küsse was ist meinst du ja ich will die dauern was guckst du meine kisten wo ist meinst du hast eine nein du spruchst du gib mir doch einen du hast noch zwei gelbe es ist bald ist gleich ja doch schaltplatte 13 schaltplatte cat ja wenn du ich schlägst nein sie sind nicht gleich doch du hast noch zwei gelbe aus der kiste genommen ja aber die sind nicht gleich gut das sind cat in klammern deutsche nichts kennt ja du hast zwei stücke rausgenommen und dort ist schon einige davor im winter ja aber trotzdem so meine jetzt was das war drin hier so eine 13 zeiten aber ja hier das ist die grüne musik ist kacke ich habe die blaue hast du die blaue und wir tauschen warum verschwendest du einen diamanten jetzt heul doch nicht was wollen wir den diamanten machen prust rüstung heute soll nicht die hat wohl ich mochte jungen jetzt machen sie meinst die hat wohl sind übergeheizt Nein, warte ich. Ich tu mich! Uff! Das klingt, das ich kenne. Was hast du gemacht bei mir? Junge, wenn du anders gefainst, weg! Ich weiß. Warte, springt es dann raus. Weiß ich nicht. Nein, Max ist nicht rausgesprungen. Mann! Ich hab noch rausgeholt aber egal. Junge, mach doch keinen Kindergarten. Ich baue deine ab. Die ist die schöner. Junge, die ist die beste. Nicht verarschen! Ach du scheiß Mixer. Ich muss davon nur warten, bis mein Stein... Komm, eigentlich ein Trichter. Mann, warum baut er sich immer ab? Nicht du Fettsack! Nein! Nein! Das ist zu wenig Licht! Das hatte ich auch schon mal. In der Pockete schon. Und jetzt? Du brauchst mehr Licht. Hä? Nein! Junge! Die sind alle Max außer der da! Ja, da hat zu wenig Licht, weil in der Mitte ist du Fettsack! Ja! Und dort ist am wenigsten Licht. Dann muss ich dann das nicht dein machen. Ja, vielleicht von oben runter was bauen. Dann hätte ich ein Stein gehen. Ich bin aber nicht hässlich. Ja, hol dir ein Clostorm oder sonst was, du Fetts. Ja da bauen mir ein lânger Brot . Hä? Dann bau' du mir ein digital Brot . Äooah Hast du eigentlich noch eine Spitzhage, Hage ... Ja? Deine Dia? Ja Dann bau' du da nochmal Dings ab, ich k restor 3 Dias nochmal verschwinden Keinen Bock Ja meinen .... Ja, na ... ich weiß nicht, aber ich weiß nicht ... Wenn du die ganze Zeit sich fertig hast, glaub es nicht kann. Du kennst ihn doch aus долларов! ja also dann wenn ich schon was von der hexe geschenkt bekommen dein gut ich schieße hier von hier ab sniper duel ok du bist so dumm dein ernst nein ich hab sie leckes ich hab sie noch nie du bist schon nach zwei zeiten mal der untergefallen was? zum zweiten mal im gleichen Loch ins gleiche loch komm zum nächsten part von und jetzt halt die fresse wieso ist sie so dummhäute dieses loch da hier geht man mit einem stift rein wollte ich sagen am besten doch ist nicht an stift ana 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 kamera schneller woher meine witz ist ja mal heutig bauchnabel das ist auch nicht das beste kannst du meinen bauchnabel da gehen wir gerne rein genau um die fussel raus auf nein jetzt hör auf mein gleicher trug hör auf Aufhör! Und wir cutten ganz kurz. Bis gleich! Was soll ich machen? Ich baue mir eine Glitterringmelone. Ich dachte, du willst sie mal Kissenlager bauen. Habe ich nie gesagt, du Dumiko. Du sagst die ganze Zeit Kissenlager. Ja, mach doch, das wäre hässliches Kissenlager. Ich habe gar keinen Kissenlager. Machen Sie an! Sonst sollst du dich Freda ringt. Nein! Sonst sollst du dich Freda ringt. Junge, wenn du Freda ringt, dann tötest du dich. Das war, ob du Freda ringt. Dann tötest du. Weißt du, wo sie ist? Ne, ist natürlich, wo sie ist. In einer Grube wohnt neben deinem Haus. Was? In einer Grube neben deinem Haus. Ist es neben meinem oder ist es neben deinem? Was solltest du dir wissen? Das ist so doof! Das ist mal ganz im Ernst. Ja, du bist so dumm, Junge. Du bist so dumm, wenn du Freda ringt. Warte, wo ist Günther? Günther? Ja. Ja, Kohle. Ja, Kohle. Lass mal ins Betteln. Nein. Nein, diese Scheiße regt mich aus. Wo bist du, du kleiner Scheiße? Nein, wir werden gleich nach dem Part ins Betteln. Als jetzt habt ihr es nicht bekommen, wir machen nach diesem Back. Nein, mach mir nicht. Ähm. Ja. Doch. Nein. Doch. Ich hab Buckmann drauf und du nicht. Hey, wo bist du? In einer Grube. Wieso bist du in der Höhle? Ja, um Bertha zugeschöpft. Bertha, wieso Bertha? Nicht, nicht den Sam. Günther. Ach, sehr, ich suche Herr Günther. Günther, wo bist du? Die Schafe vermissen dich. Was? Die Schafe vermissen dich, weißt du. Was? Komm, treff mich. Komm, treff mich. Treff mich. Warte, ist hier gut da? Nein! Musst du irgendein Kumpas sein? Folter nehmen. Warte, wo ist der Fall? Wo ist der Fall? Du bist so dumm, Junge. Du warst ja gar nicht zählen. Was aber nur zwei paar Games. Wie kannst du hier ganz empfehlen? Von professions kannst du anesthesischen Musik herausfinden? Be king. Untertitelung des ZDF, 2020